Moin, heute stellen wir euch die Bekleidungsserie von Aklima vor. Nördlich von Oslo in Norwegen begann in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts Eivind Johansen mit der Entwicklung und Herstellung von Bekleidung aus Merinowolle. Deshalb nennt sich Aklima auch seit 1939 The Wool Specialist. Mittlerweile umfasst das Sortiment wirklich alles was man sich wünschen kann vom First Layer bis zum Third Layer also von Unterwäsche über Hemden bis hin zu Jacken und Hosen. Selbstverständlich gibt es auch noch andere Hersteller die sich auf Merinowolle spezialisiert haben. Da fragt man sich natürlich was macht Aklima anders und was macht Aklima besonders und da gehen wir jetzt drauf ein. Wir kennen alle die Vorurteile gegenüber Wolle, dass sie schwerer ist, dass sie nicht so robust ist, dass sie eventuell kratzt. Aber all dem kann Aklima entgegenwirken. Denn Aklima hat es geschafft in einem ganz eigenen Webverfahren die Wolle unheimlich geschmeidig und weich zu machen. Gerade bei der sogenannten Fleece Wool Serie achtet aber Aklima darauf, dass der Innenbereich sehr weich und flauschig bleibt. Egal für welche Anforderungen so bietet Aklima natürlich alles an von Lightwool über Warmwool bis zu dem gerade gezeigten Fleece Wool. So haben wir zum Beispiel in der Netwool Serie für den Sommer ein Netzgewebe aus Merinowolle mit verstärkten Seiten Bereichen sowie verstärkten Schultern, um auch bei Wanderungen im Sommer gut ausgestattet zu sein. Das besondere hier ist natürlich, dass der Netzbereich gerade im Sommer für eine erhöhte Luftzirkulation sorgt. Der klassische Second Layer ist dann aus 220 Gramm Merinowolle. Es ist auch wieder eine ganz glatte Oberfläche Struktur und das aufgeraute Plüsch im Inneren. Aklima hat zusätzlich Serien herausgebracht, indem diese Wollstruktur noch feiner gewogen wird und wir außen sowie innen eine glatte Struktur haben. Damit wird wie anfangs erwähnt jegliches Vorurteil gegenüber kratziger Wolle aus dem Weg geräumt. Das kann man gerade bei dem Pulli gut sehen, den Aklima produziert, der nun von außen wirklich nicht mehr aussieht wie ein klassischer Wollpullover. Auch im Innenbereich denkt man erstmal, hat normales Vlies, aber auch das ist wieder Merinowolle. Diese Webtechnik hat der Klima so weit perfektioniert, dass gerade die Polo Shirts oder auch die Hemden fast wirken wie aus Baumwolle oder einem robusten Leinen. Dabei behält die Bekleidung selbstverständlich alle positiven Eigenschaften, die wir von Merinowolle so kennen. Also dass sie logischerweise wärmt, aber auch noch bei Feuchtigkeit warm hält, dass sie sehr atmungsaktiv ist und zum Beispiel keine Gerüche aufnimmt. Um euch das Ganze nun aber auch mal zu zeigen, habe ich mich kurz umgezogen und mein Hemd gegen das normale Wolt Terry Roundneck Shirt von Aklima getauscht und ihr seht jetzt schon, es sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Longsleeve. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie einen Wollpulli oder ein Wollsweater oder ein Wollshirt tragen würde. Und auch wenn es eigentlich unsere Art ist, diese Videos und vor allem die Previews ganz neutral zu halten, muss ich hier auch einfach selber mein Empfinden mal hervortun. Es fühlt sich auch wirklich gut an. Also die Sachen fühlen sich wirklich gut an. Nicht, wie gesagt, wie ganz normale Wolle, sondern das, was Aklima da zusammenbaut und produziert, ist wirklich was Besonderes. Sollte euch also das Video gefallen haben, ihr kennt das, dann lasst ein Abo da, klickt die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.